Musik Ihr kennt doch sicher alle das Märchen vom König Brosselwald. Und aus diesem Märchen haben wir einen schönen Film für euch gemacht. Die Prinzessin soll sofort hergebracht werden, lebendig oder tot. Papa will nicht unbedingt verheiratet. Kinderjahre vorbei, Tochter wachsen, Marsch, Heirat. Der erste Beste, der kommt, verstanden. Der erste Beste, der kommt, verstanden. Und wenn es ein Bettelsänger ist. Mein Ränze ist gestohlen, mein Fiedel ist verbrannt. Nun zieh auf meinen Fohlen, ich singend durch das Land. Die Augen sind gut. Aber was soll dieser Bart? Dieser Bart? Man nennt mich seitdem Drosselbart. Das war unverantwortlich von meiner Tochter. Der Bart ist wunder, wunderschön. Der Bart muss ab. Ganz ab. Da steht dein Bräutigam. Der erste Beste. Du hast es nicht anders gewollt. Nimm ihn und sei glücklich. Sie gefällt mir, Herr König. Aber kann sie auch was? Kochen? Mähen? Sauber machen? Unser König hat schon sehr gewollt, dass ich den ersten Besten... Mein Mann ist nicht der erste Beste. Das ist eine Beleidigung. Händchen müssen wach und heilig kneten, kneten. Aus der feuchten, neuer Masse, eine Kanne, eine Tasse, einen Teller, einen Buch, einen Topf und nun genug. Ich muss doch mal nachher schauen. Seid ihr sehr glücklich, Prinzessin? So, ich mag traurig. Kann ich um diesen Tanz bitten? Was sagen Sie dazu? Ich muss doch mal nachher schauen. Immer noch? Let's go.